Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich seit längerem mal wieder die Square bzw. Blockaktie, heißt sie jetzt für euch dabei, steckt da Square dahinter und deswegen möchte ich euch heute die aktuellste Aktienanalyse zeigen. Wir schauen uns hier mal die vergangenen Quartalszahlen zu Ende Februar an. Ich möchte so ein bisschen darauf eingehen, wie ich das persönlich finde. Dann schauen wir uns natürlich auch so das Zahlenwerk, was geplant ist für dieses Jahr an und gehen dann auf den Jahreschart ein. Hier ist wirklich einiges passiert. Also das Update lohnt sich auf jeden Fall. Bitte bis zum Ende dranbleiben. Wird sich auf jeden Fall lohnen und dann würde ich sagen, wir starten jetzt auch hier direkt mit den neuesten News bzw. mit den aktuellsten Zahlen. Sie haben ein bisschen Zeit gebraucht zum Wirken, aber jetzt haben sie gewirkt. Wie gesagt, das Quartalszahlenwerk wurde ja vor drei Wochen vorgelegt. Und man hat wirklich ein super, super Zahlenwerk vorgelegt, wie ich finde. Das kann ich schon mal vorweg nehmen. Genau, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal so ein bisschen im Blick an. Im Umsatz haben wir hier ein Wachstum von 29% im Jahresvergleich auf ca. 4 Milliarden US-Dollar. Das ist auch nicht unwesentlich. Entscheidend ist aber das Wachstum hier ohne Bitcoin-Erlöse. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Der Wert schafft hier insgesamt einen Sprung von sagenhaften 51% auf 2,12 Milliarden US-Dollar. Das zeigt auf jeden Fall, dass es nicht nur einen Wachstumsschub durch die Kryptowährung gibt, sondern dass auch das Kerngeschäft im Wachstum sehr, sehr stark bleibt. Insgesamt kam Block bzw. Square hier auf einen Gross Profit von 1,18 Milliarden US-Dollar, was hier einen Zuwachs auch von 47% im Jahresvergleich entsprochen hat. Und alleine die Cash-App steht inzwischen für einen Wert von 518 Millionen US-Dollar. Also auch das ist ein sehr, sehr stolzer Wert. Und der klassische Zahlungsdienstleister Square steuert hingegen 657 Millionen US-Dollar bei und mit einem Nettoverlust in Höhe von 77 Millionen US-Dollar blieb man jedoch noch in den roten Zahlen. Da habe ich aber gleich den Ausblick auch für dieses Jahr dabei, was man da schaffen möchte. Und im Geschäftsjahr insgesamt 2021 liegt das Netto-Ergebnis jedoch insgesamt bei 166 Millionen US-Dollar bei einem Gross Profit von 4,42 Milliarden US-Dollar. Und bei einem Jahresumsatz in Höhe von 17,66 Milliarden US-Dollar bzw. bereinigt, wenn wir es jetzt mal um die Bitcoin-Erlöse bereinigt sehen, von 7,65 Milliarden, ist es ein sehr, sehr interessanter Wert. Auch die fundamentale Bewertung ist eben hier nicht uninteressant. Das Wachstum geht eben munter weiter. Die Aktie ist hier auf einem Börsenwert von ungefähr 54,6 Milliarden US-Dollar gefallen. Und wie gesagt, man muss sich das Ganze anschauen. Mittlerweile aber wieder auch gestiegen, das muss man dazu auch sagen. Das war jetzt mal der Stand von vor ein paar Wochen. Und hier hat sich aber einiges wieder getan. Hängt ja hier auch immer mit dem Aktienkurs zusammen. Das heißt, es ändert sich ja eigentlich wöchentlich oder täglich. Und wir schauen uns jetzt mal hier ein bisschen so die fundamentalen Finanzdaten zusammen an. Wir haben hier im Umsatz 2022 geplant von 17 Milliarden dieses Jahr. Ein Nettoergebnis noch negativ von minus 19,5 Millionen, also nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil. Vielleicht schaffen Sie es ja doch schon bis Ende des Jahres hier in die schwarzen Zahlen. Die Nettoliquidität ist sehr gut mit 1,6 Milliarden. Umsatz nächstes Jahr sollen dann bereits bei 21,2 Milliarden liegen. Das Nettoergebnis bei 335 Millionen im Plus, also hier schwarze Zahlen. Und die Nettoliquidität bei 2,6 Milliarden. Marktkapitalisierung, ihr seht es jetzt zu dem, was ich vorher gerade gesagt habe, ist wieder hochgegangen. Bei ungefähr 66,7 Milliarden. Die Mitarbeiterzahl hier auch schon sehr, sehr stolz bei über 8.500 Mitarbeiter. Wie gesagt, jetzt heißen sie ja Block, EMA ist eben Square für die, die sich wundern. Sie sind ja hier im Technologiebereich unterwegs. Man konzentriert sich hier auf Finanzdienstleistungen. Und es entwickelt ja einfach Tools, um für uns das Ganze oder den Zugang zur Wirtschaft zu erleichtern. Und wie gesagt, hier geht es immer einmal um die Cash App zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe. Und viele, viele andere Dinge. Wichtig war jetzt aber auch einfach hier mal zu signalisieren, dass auch ohne die Bitcoin- oder Kryptowährungsgeschichte ein sehr, sehr starkes Wachstum vorhanden ist. Und das sehen wir jetzt mal auch hier. Wir sind wieder deutlich gestiegen, gerade jetzt auch zum letzten Handelstag, zu gestern, zum Freitag, um plus 10%. Wir stehen ja wieder bei 126,16 Euro. Konnten uns vom Jahrestief richtig gut lösen von 78 Euro. Wir stehen sogar wieder über der 50-Tage-Linie, wie ihr es hier erkennen könnt, im kurzfristigen Bereich. Und pendeln jetzt hier irgendwo zwischen den zwei Bereichen. Man muss mal schauen, wie jetzt oder wie hier der Aufschwung weitergeht. Der nächste große Hürde liegt ja bei 175 Euro. Da verläuft aktuell die langfristige 200-Tage-Linie. Ja, zum Allzeithoch oder zum Hoch hier bei 242 Euro haben wir eine gute 100%-Chance. Ich traue Block bzw. Square hier ganz, ganz viel zu für die Zukunft. Schreibt mir mal unten gerne in die Kommentare, ob ihr jetzt zugeschlagen habt unter 100 Euro, was ihr zu Square oder bzw. Block sagt und ob ihr sie in euer Depot legt. Würde mich mal brennend interessieren. Ja, und das war es jetzt soweit von meiner Seite. Und wenn euch mein Video, mein Kanal jetzt gefallen hat und ihr keine News mehr verpassen wollt, dann drückt doch jetzt gerne den Abo-Button und aktiviert die Glocke, um hier keine News mehr zu verpassen. Würde mich natürlich mega freuen. Und wenn es auch noch interessiert, unten habe ich euch mal meinen zweiten Kanal verlinkt. Hier geht es rein um das Thema Online-Geld verdienen. So ein bisschen abgekapselt hier von Aktien, sondern da geht es rein um die Themen Social Media, Affiliate-Marketing und ganz, ganz viele andere tolle Möglichkeiten. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, auch da gerne mal vorbeischauen. Ja, und das war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!